100% Perfektion. Ich konnte nicht mit nichts höher leben. Das ist mein Papa, aber ich bin froh, dass es mein Papa ist. Jedes Mal, wenn ich ihn anschaue, ich sage, so will ich auch werden. Ich glaube, das mentale Starke, das hat er einfach. Extrem stark, zeigt er mir auch heute, jeden Tag eigentlich, wie stark er ist. Er wollte etwas machen, das von Prost nicht gemacht hat, von Senna nicht gemacht hat, von allen der Fahrer in der recenten Geschichte. Ich habe so stark impression, von wie hart Michael war willing zu arbeiten. Und das hat die Team transformiert. Und was Schumacher erreicht hat, ist absolut unglaublich. Sieht gut. Sieht gut. Sieht gut. Sieht gut. Sieht gut. Tätig, Michael, gut gemacht. Sieht gut. Sieht gut. Sieht gut. Sieht gut. Vielen Dank.